So, dann sind wir wieder mit dem nächsten und zwar die Traveller von den Strin. Das ist sicherlich irgendwas mit Luft, weil wir haben ja mit den Reaper schon gespielt, dann konntest du ja gar keine Luft bauen, quasi außer diese Anfangsschiffe. Aber du konntest halt keine Schlachtschiffe bauen und keine Trägerschiffe. Ich denke mal, dass du jetzt eher auf die Luft gehen wirst. Wir starten mal oben links und da verbinden wir noch weiter ganz nach oben gesetzt. Ich habe keine Ahnung von der Karte, es sieht aber so aus, ob man hier irgendwie zusammen abbauen kann und hier wahrscheinlich sowas wie ein Tiberium-Turm oder so ist. Und in der Mitte die richtige Party abgeht. Ich bin gespannt. Mal gucken, wie wir uns da ausbreiten müssen. Ja, ansonsten unter uns die schwarze Hand. Mal wieder, das können wir eigentlich mal umändern. Weißt du was? Das können wir eigentlich mal umändern. Hauen wir mal hier mal GDI hin und hier mal. Ja, dass wir nicht mehr gleich in die... Hey, bist du doof, Alex? So rum. Ja, dann spielen wir in die Steel Talents. Fände ich bis jetzt die schlechteste, die wir bis jetzt hatten. Ist ja auch Latte-Rin in die Murmel. So, mal gucken. So, wir haben blaues Tiberium erstmal und wir sind so ein bisschen erhöht. Okay. Und hier ist nochmal grünes, aber sonst... Nix. Ich muss mal aufhören, aber aufhören. Ich brauche mal einen anderen anfangen. Ne, hier ist, äh... Ach du Heiliger. Hier ist ja richtig ab. Okay, also das blaue Tiberium, da müssen wir uns hier hinten hin verpissen. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. So, erstmal zwei Raffenerien schnell. Wir würden ja eh erstmal nicht viel einnehmen. Wir könnten hier natürlich die Bunker besetzen. Äh, was könnten wir eigentlich machen dann noch? Wollen wir mal gucken. Wird gebaut. Wir bauen mal einen davon. Ich könnte natürlich auch mit dem Explorer hinnehmen, aber 1500 am Anfang finde ich ein bisschen happig. So, jetzt haben wir natürlich keine Energie gleich mehr. Aber das ist dann halt so. Wow, wie viel der hätte es kostet? Wir haben definitiv gleich keine Energie mehr. Wollen wir mal zwei mehr Energie? Ach wohl. Warte mal, ist das nicht... Abgebrochen. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Wollen wir mal Energie ein bisschen? Ja, blau ist die Beum, das wird nicht wichtig sein. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Oh, nochmal einmal Energie. Wahrscheinlich schon eine Raffenerie hätte anfangen können. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Oh, zweite Bau hat auch eine Energie. Wie baut er sich auf? Ach ja, ja, das ist... Okay, er liegt schon mit irgendwelchen Vorposten voran. Na, mach mal. Was dann schon? Wir brauchen erstmal Geld. Und zwar... Wenn es geht bis gestern. Wir holen uns erstmal das Beumfeld hier. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Und er liegt schon in der Mitte ran. Das ist wahrscheinlich auch nicht eine Idee. Ich gehe nochmal einmal auf Energie. Bau abgeschlossen. Äh, dann darauf. Wir lassen sie erstmal hier unten noch stehen. Wir können halt in die Mitte den auf jeden Fall und hier rangehen. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Äh, auf jeden Fall ans Blau ran. Wird gebaut. Oh, richtig viel Geld haben wir gerade nicht mehr. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Jetzt sollten wir wenigstens... Ja, jetzt sollten wir wenigstens mal 5 bauen. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Neue Bauoptionen. Okay, jetzt schon mal du. Wir können Buzzer holen zum Beispiel. Bau abgeschlossen. So, jetzt haben wir erstmal die beiden Sachen hier gemacht. Okay. Gut, dann haben wir zum Glück Energie gebaut. Die bauen wir nämlich auch. Dann gehen wir mal in die Mitte, glaube ich gerade. So ein Stay-Shield erstmal noch. Bisschen, was müssen wir nochmal aufbauen. Das ist unsere Einsatzkraft hier. Wird gebaut. Bauen wir auch nochmal einen. Bauen wir nämlich hier ran, dass wir wenigstens einen Turm haben. Ja, ja, ne. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Unser Stützberufe am Bestand. Ja, 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 ja. So, ihn beschützen wir ein bisschen, da er nicht so viele Probleme hat. Oh, du, abgebrochen. Oh nein, das war dumm. Weindliche Einheiten gesichtet. Wir haben ein paar Einheiten. Wird ausgebildet. War nicht viel, aber so ist das. Oh Gott, was hast du denn hier? Tultisten? Unerkennt, das ist wieder der Tier, der Master meint, ne? Neue Bauoptionen wird gebaut. Türenfeld abgebaut. Einheit wird angegriffen. Bau abgeschlossen. So, ich habe jetzt einfach nur versucht, ihm mal zu helfen. Weindliche Einheiten gesichtet. Neue Bauoptionen. Oh, ein bisschen Energie machen wir mal. Und da müssen wir definitiv darauf gehen. Wird gebaut. Unterstützpunkt wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Einheit verloren. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Einheit wird angegriffen. Ja, die halten schon eine Menge aus, ne? Wir kriegen es, glaube ich, hin. Ungeeigneter Bauplatz wird gebaut. Einheit befördert. Neue Bauoptionen wird gebaut. Wir können Tripods bauen. Wir bauen aber wenigstens fünf Tripods, glaube ich. Auszureichende Mittel. Ja, ja, ja. Abgeschlossen. Ja, 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 ja. Wir bauen bei ihm mal ein bisschen was hin. Ah, jetzt haben die, die sind mit unserem Buzzern klargekommen. Okay, gut. Ja, genau. Gut, 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 gut. Was können wir hier bauen? Wir können die typischen Sachen bauen. Okay, gut. Wollen wir noch ein bisschen mehr Geld? Feindlicher Stützpunkt gesichtet. Bau abgeschlossen. Damit gar kein Geld mehr. Wird gebaut. Wir haben das EMP. Ist nicht so gut für uns. Äh. Tja. Also hier oben sind wir dran. Hier sind wir dran. Hier sind wir dran. Wir werden uns erstmal noch ein bisschen mehr Energie machen. Ich weiß, das ist jetzt erstmal gerade rausgeschmissenes Geld. Aber was jetzt zu machen? Das Ding hier noch. Das passt. Und diese Warp-Puppet bauen wir noch. Wir greifen einfach mal an. Wollte eigentlich nur drucken, was hier so ist. Ah, wo denn? Wo, 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 wo? Bau abgeschlossen. Hier in der Mitte. Also unsere Jungs machen hier auf jeden Fall Action. Das finde ich gut. Wird gebaut. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Neue Optionen wird ausgebildet. So, hier bauen wir unser Special. Bau abgeschlossen. Okay, gut. Okay, dann bauen wir hier mal fünf Devil Stater. Fünf Trägerschiffe. Nochmal fünf Trägerschiffe. Und jetzt brauchen wir langsam und sicher ein bisschen Knete. Wird gebaut. Hier oben müssen wir ran. Okay. Pass auf, wir machen es folgendermaßen. Alliierter Spaltgenerator geordnet. Alliierter. Samal. Samal. Bau abgeschlossen. Sag ja. Mit einem Verbündeten zusammen. So. Ich weiß nicht genau. Ist da was? Wir brechen mal die Tripods ab. Er nimmt das ein. Okay, geil. Wäre geil, wenn er es schafft. Also, wir haben, wir haben, unser großes Problem ist, ähm. Wird gebaut. Äh, wir müssen hier oben ran. Wir müssen da was bauen können. Fliegt hin, ne? Sehr gut. So, ich würde gerne die GDI angreifen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich würde es, glaube ich, mit unserem. Ja, wir warten, ob es unser Hauptding da ist. Hier bauen wir weiter Luft auf. Eis! So, was kannst du eigentlich? Mich teleportieren oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Geht doch mal nach da. Was haben wir noch so fertig? Wird gebaut. Feindlicher Stützpunkt gesichtet. Ja, ja, rauf da, jungs. Rauf da, rauf da, rauf da, rauf da. Sieht mir so aus, ob sie irgendwie ein bisschen ungeschützt sind. Der ist ein bisschen lahm, ne? Äh, das baue ich mal bei ihm hin. Ach, sind die nervig? Okay, GDI kann man hier platt machen, glaube ich. Weißt du, wie es ihnen dort geht? Machst du auch was, was du tust? Ja, der Panzer bringt euch das nicht viel. Ich habe gerade Geld bekommen. Wenn er irgendwas umbringt in seiner Reichweite, dass wir dann Geld zurückbekommen. Und zwar gar nicht so wenig. Wo denn? Warte hin, wo die... Guck mal, die wollen mich angreifen. Das ist jetzt nicht. Okay. Ist das fertig? Nee, warum nicht? Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Ich würde gern, dass die Raffenerien fertig wäre. Nicht, dass ich bin, aber das ist okay. Wacht mal. Okay. Kommt ihr uns hier nochmal hin? Ja, vor den Heels muss man uns ein bisschen annehmen. Was ist meine? Ja, aber noch ein Mutterschirp. Kann ich auch nochmal irgendwie versuchen, mal eins zu setzen, ne? Ich glaube, wir brauchen einfach viel zu viel Luft, kann das sein. Noch drei Devastator. Davon noch vier. Okay, wir warten mal erst mit den Herren hier. Das ist unsere neue Nummer zwei, aber ich glaube, ich kann mich bestimmt noch irgendwie weiterentwickeln. Wir laufen erstmal hier voran. So. Wird gebaut. Bauarbeiten laufen. Wandliche Einheiten gesichtet. Einheit wird angegriffen. Bau ist geschlossen. Tipper ist abgebaut. Einheit befördert. Einheit verrufen. Ist das da? Tipper ist wohnend. Nee, ihr... Ihr sollt mal Teingeld ablegen. Gebener besiegt. Bau angeschlossen. Okay, das sieht eigentlich schon mal gut aus. Weitliche Einheiten gesichtet. Ich würde zum GAS, wenn es fertig ist, aber... Einheit wird angegriffen. Okay, dann... Hier noch eins fertig. Auch eins fertig. Dann brauchen wir auch zweimal Energie. Dann können wir weiter mit denen hier weitermachen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Da müssen wir mal unsere atomische Zentrale suchen. Die können wir bestimmt was weiterentwickeln. Was ist das denn? Bestimmt alle Sucher, Photonen und Plasma. Nee. Der wird Trittschiffe und Planeten einen permanenten Tempobonus. Das wäre was. Echt? Tempobonus ist das Einzelne, was wir kriegen hier? Willst du mich verarschen? Was gibt es denn noch so? Stay shit. Erhöht die Überwählungsrechte von... Nee, von Infanterie. Nee. Und hier? Das klingt dann gar nichts. Okay. So. Passt cool. Gut. Dann. Fünf Schlachter. Fünf... Ne? Und nochmal aufgeschlagen. Okay. Wie sieht es denn hier aus, Jungs? Aber wir sterben jetzt in die Helis weg. Okay. Weißt du was? Dann läufst du mal hier rein. Ich weiß nicht. Gibt es überhaupt noch jemanden? Ah, doch, doch, doch. Die haben nur noch zu tun. Okay. Upgrade abgeschlossen. Nein, aber lauf mal hier in die Mitte. Wie süß hier. Wir tun auch gleich nochmal, was wir da für Sondereinheiten haben. Mein Weißer angegriffen. Dann macht er wenigstens mal irgendwas kaputt. Der ist gleich tot. Der soll ja noch ein bisschen Geld machen. Ah, ne, mach ich. Okay. All die... Oh Gott, Bruder. So. Die kann ich jetzt nicht mehr weiterentwickeln. Bist du dir sicher spielen? War's wirklich, ja? Steht alles Sura, Photonen und Plasma... Ne, ne. War's. Noch mal rüber, Jungeherz. Wir wollen dich nämlich irgendwas da einnehmen, was uns wirklich gefährlich werden könnte. Oh, wo? Ja, moin, Bruder. Äh... Bester Verbündeter... Überhaupt. Okay, mach ich noch ein bisschen Spaß mit denen. Und dann würde ich sagen, hört das mal der Spaß irgendwann auf. Und den jetzt hier rein, attacke ich. So, Geld machen wir auf viele Fälle. Aber nicht so viel, wie ich haben will. Deswegen müssen wir mit unserem Drieger nochmal eine Runde fahren. Oder fliegen. Ah, dass wir nämlich nach hier kommen, irgendwie. Tiberiumfeld abgebaut. Feindliche Einheiten gesichtet. Startseinheit geoptet. So, bitte dann alles zerstören von hinten, ne? Alter, die sind wirklich schnell. Das war ein bisschen übertrieben, oder? Ei. Abgeschlossen. Ja, was ist das für Schlachter sind? Schießt mal alle da rauf, bitte. Ja, okay. Und jetzt haben wir die Luft, die wir haben wollen. Jetzt haben wir die Luft, die wir haben wollen. Also, diesmal haben wir mit dem Verbündeten mal richtig gut zusammengearbeitet. Finde ich. So, einfach mal hier hinfliegen. Und dann war's das. Achso, warte mal. Ja, okay, bis der da ist, dann ist auch schon wieder der Morden vorbei. Hat der einen Flammenatronarch eingenommen? Was ein Typ. Was ein Typ. Also, wir brauchen mehr Geld. Neue Bauoptionen. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Startseinheit geoptet. Komm schon. Irgendwo nimmst du hier. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Gegen er besiegt. Wie gesagt, ich hasse dich auch. Meine hier. Greift hier mich etwa ein Sammler an? Ich glaube, es hat Freunde. Ja, wie gesagt, Skrinnenluft ist dann einfach, wenn ihr eine ordentliche Skrinnenluft habt, dann war's das, ne? Dann war's das wirklich. Also, da muss man nicht drüber reden. Ungeeigneter Bauplatz. Einheit wird angegriffen. Gegner besiegt. Easy, Leute. Easy. Also, mein Strimmer ist am Einposten. Eieiei. Also, die Traveler gefallen mir viel besser als die Reaper. Klar, da sind die Tripods stärker mit dem Schild und so weiter. Die Specialeinheit, okay, und es ist ein bisschen Geld, wenn du ein bisschen in den Bereich sozusagen was zerstörst. Das ist schön für einen Angriff, aber das Problem ist bei den Strinnen, sozusagen bei den Einheiten, zu Fuß, du hast eigentlich wirklich was, du hast zwar nur diese Anfangseinheiten, die gehen in die Luft ballern können, aber ansonsten nichts anderes. Das heißt, die eine Heli hat zum Beispiel unsere Specialeinheit komplett hops genommen. Klar, das passiert dir dann auch bei dem Reaper. Aber mit denen dort hast du halt so was wie, so gute Einheiten wie Stealthpanzer. Die sind in Luft, aber die kannst du auch gegen Gebäude und denen alles andere einsetzen und sind dann auch Stealth, Arsch, schnell und sonst so was. Das sind ja diese Anfangseinheiten, von denen es drin nicht. Ja, und bei den GDI hast du einfach Mammutpanzer, die können denen alles was machen. Da brauchst du halt, da brauchst halt, also wie gesagt, wenn es drin ist ein bisschen komisch, wenn du da einmal die Luft hast mit Trägerschiffen und Schlachtern, dann bist du übermächtig. Also dann, da kannst du mit den beiden Schiffen, kannst du denen alles was machen. Denen absolut alles. Keine Ahnung. Also war auf jeden Fall einfacher, weil sie nicht meinen Baukran irgendwo hinten angenommen haben, die Säcke. Nee, das war straight forward, das war relativ cool. So, da freue ich mich mal, weil nächste ist dann wieder Not, nämlich mit Keynes Jüngern und da haben wir dann die verbesserten Stealthpanzer und sicherlich auch die Not-Mods, vielleicht wenn wir da noch ein bisschen Schund treiben, mal gucken, habe ich richtig Bock drauf. Bis denn!